Hallo, mein Name ist Cornel Blum von E-Motion Technologies und wir sind heute hier in Friedrichshafen auf der Eurobike bei mir ist der Andreas Weigl. Wir sind am Coratec-Stand. Da habe ich eben schon so ein bisschen überflogen, eine ganze Menge Neuheiten, aber da weißt du sicherlich mehr als ich. Ja, wir haben natürlich wieder einiges zu präsentieren, auch heuer für die Saison 16 2017. Speziell im E-Bike-Bereich hat sich einiges getan über die letzten Monate. Thema Integration ist bei uns eigentlich so das Wichtigste, was wir heuer vorstellen müssen. Das ist die neue Rahmentechnologie Fusion Tube Edge und einmal das neue Integrated Engine Technologie. Das heißt, der Motor ist jetzt im ganzen Rahmenkonzept integriert. Ihr habt verschiedene Modellreihen. Wir sind jetzt hier gerade vor dem Tiefeinsteiger. Da gehen wir gleich noch mal näher darauf ein und es gibt natürlich noch weitere Modellreihen. Genau, also wir haben jetzt wirklich für jeden Bedarf das passende Rad. Da geht es los bei 26 Zoll Rädern, die eher in der Stadt genutzt werden oder von kleineren Damen im Tiefeinstieg bis zu ganz großen C-29er-Fahrern. Das ist so eher die S-Klasse im E-Bike-Bereich, was man dann sehr im Tracking-Bereich einsetzt. Euer Lifebike, das sagtest du eben, dass euer SUV ist natürlich auch ein Wahnsinns-Thema nach wie vor. Da gehen wir gleich auch noch mal im Speziellen drauf ein. Bis hierhin erstmal vielen Dank. Bitte, gerne. Danke.